Die Fachkraft für Lederverarbeitung ist seit dem 1. August 2011 in Deutschland ein neuer staatlich anerkannter Ausbildungsberuf nach Berufsbildungsgesetz. Er ersetzt den Ausbildungsberuf Schuh- und Lederwarenstepper, dessen Ausbildungsvorschriften aus dem Jahr 1964 stammen und veraltet sind. Die Dauer der Ausbildung beträgt zwei Jahre. Die Ausbildung erfolgt an den Lernorten Betrieb und Berufsschule, Arbeitsgebiet. Fachkräfte für Lederverarbeitung arbeiten in Betrieben der Schuh- und Lederwarenwirtschaft, insbesondere zur Herstellung von Schuhoberteilen, Taschen, Kleinlederwaren, Polster und Autositzbezügen in Muster- und Serienfertigung, berufliche Qualifikationen. Fachkräfte für Lederverarbeitung fügen Schuhoberteile und Lederwarenhalbzeuge zusammen, wählen Leder- sowie Werk- und Hilfsstoffe und Zubehör nach Einsatzgebieten und Wirtschaftlichkeit ausordnen sie zu und verwenden sie. Planen Arbeitsschritte und Arbeitsabläufe, richten Maschinen und Anlagen ein und bedienen sie. Schneiden Leder- sowie Werk- und Hilfsstoffe zu und richten sie vor. Stellen Verbindungen durch Nähen, Schweißen und Kleben her. Stellen Schmückendes und Funktionelles Zubehör her und bringen es an. Beurteilen die Qualität und ergreifen qualitätssichernde Maßnahmen. Beachten die Grundsätze der Arbeitssicherheit, des Gesundheits- und Umweltschutzes und der Kundenorientierung, Zwischen- und Abschlussprüfung. Um dem Auszubildenden eine Information über seine Leistung standzugeben, ist in diesem Ausbildungsberuf eine Zwischenprüfung vorgesehen. G. Foot-R-Teile zusammenfügen sowie H. Maßnahmen zur Arbeitsorganisation, zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz, zur Wirtschaftlichkeit und zur Qualitätssicherung berücksichtigen kann. Die Zwischenprüfung wird in Form eines Prüfungsstücks durchgeführt. Weiterhin muss der Auszubildende schriftliche Aufgabenstellungen bearbeiten. Die Prüfungszeit beträgt insgesamt vier Stunden. In dieser Zeit werden das Prüfungsstück angefertigt sowie die schriftlichen Aufgabenstellungen von 90 Minuten bearbeitet. Durch die Abschlussprüfung wird auch in diesem Beruf die berufliche Handlungsfähigkeit festgestellt. Die Abschlussprüfung besteht aus insgesamt drei Prüfungsbereichen. Prüfungsbereich Fertigung, Prüfungsbereich Produktionstechnik und Qualitätssicherung, Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde. Der Auszubildende soll in diesem Prüfungsbereich entweder die Schäfte von einem Paar Schuhe oder ein Lederwarenhalbzeug herstellen. I. Fachliche Hintergründe aufzeigen sowie die Vorgehensweise bei der Herstellung der Prüfungsstücke begründen. Dem Auszubildenden stehen für diese. Arbeiten insgesamt fünf Stunden zur Verfügung. Innerhalb dieser Zeit wird ein Fachgespräch von höchstens 15 Minuten Dauer mit dem Prüfungsausschuss geführt. Der Auszubildende soll in diesem Prüfungsbereich in 120 Minuten schriftliche Aufgabenstellungen bearbeiten. E. Qualitätssichernde Maßnahmen anwenden sowie F. Maßnahmen zur Arbeitsorganisation, zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und zur Wirtschaftlichkeit durchführen kann. Der Auszubildende soll in diesem Prüfungsbereich in 60 Minuten nachweisen, dass er allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darstellen und beurteilen kann. Die Prüfungsbereiche werden wie folgt gewichtet. Der Auszubildende hat seine Abschlussprüfung bestanden, wenn die Leistungen im Gesamtergebnis mit mindestens ausreichend, im Prüfungsbereich Fertigung mindestens ausreichend und in keinem Prüfungsbereich mit ungenügend bewertet worden sind. Eine mündliche Ergänzungsprüfung von etwa 15 Minuten Dauer ist in den Prüfungsbereichen Produktionstechnik und Qualitätssicherung oder Wirtschafts- und Sozialkunde möglich. Wenn damit die Abschlussprüfung bestanden werden kann, Voraussetzung ist, dass diese Prüfungsbereiche mit schlechter als ausreichend bewertet wurden. Eine mündliche Ergänzungsprüfung zur Verbesserung der Note ist nicht möglich. Hat der Auszubildende seine Abschlussprüfung bestanden und möchte in einem Artverwandtenberuf eine weitere Ausbildung beginnen, so kann die Ausbildungsdauer im Einvernehmen mit dem Ausbildungsbetrieb verkürzt werden. Es kommen folgende Anrechnungszeiten in Betracht. Bei einer Fortsetzung der Ausbildung im Ausbildungsberuf Schuhfertiger, 24 Monate. Bei einer Fortsetzung der Ausbildung im Ausbildungsberuf Sattler, 12 Monate. Die erbrachten Prüfungsleistungen als Fachkraft für Lederverarbeitung können dabei nicht angerechnet werden. Das ist eine Fortsetzung der Ausbildung im Ausbildungsberuf Schuhfertiger. Das ist eine Fortsetzung der Ausbildung im Ausbildungsberuf Schuhfertiger. Untertitelung des ZDF, 2020